und er latscht daneben ja der vor mir gespawnt ist gerade hier einfach mal schon wieder ein rätsel entdeckt hat gerade synchron erschossen ja und doch gerade hat ein rätsel entdeckt ist das geil hier sind glocken ist das da unten rein die glocken du hast glocke ich sehe schon hier sind glocken ist brauchen wir dann bestimmte rein was wir könnten sehen dass eine glocke ich habe hier auch eine glocke gesehen ja muss ja noch eine glocke glocken glück da das ist was du musst wahrscheinlich die richtige reihenfolge geschießen wir müssen das ich glaube wir müssen auf die glocken locken bei den glock mal noch mal auf die glocken ich habe hier drei glocken nebeneinander hier ist ein hebel warst du damit schon mal beim arzt ich weiß nicht was passiert ist wir haben gleich das heute hebel und es gibt die berlin wieder da das stimmt ja nicht mit ihm wir wissen das nicht so genau wo ist luci wo ist denn derjenige was geht hier hier ist jemand aufgestanden das macht es das kann es auch da kommen die her auch hinter mir habe ich nicht mehr so eine im bach ich bin aus der see gestärbt ich bin gestärbt ich bin ich habe keinen stress 20 sekunden dann werde ich sowieso wieder ach ich kann mittler ich kann rufen aus mir raus ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich mache mal ein bisschen magi vorsicht mit weil wir tötet mich jetzt schon wieder es gibt überhaupt nicht ich weiß ich immer noch nicht wer das ich habe es noch nicht rausgefunden was macht ihr da ja ist geil das versucht das rätsel zu lösen ja aber das muss er irgendeine hand und fuß haben warte lass mal gucken kurz die sagen aber auch nichts ach boben die mit den glocken spielen was ein schönes bild da habe ich noch ein buch ja dann tut ihr keinen zwang an glockenspieler hier ist ja der hebel hat den wer gezogen gehabt ja ne ich bin nicht sicher also ich habe keine ahnung wie das hier jetzt so wie die reihenfolge ist ich weiß nicht was es bedeutet jetzt fängt da oben was an zu brennen aber was soll das heißen jetzt passiert was oder ja das passiert die ganze zeit aber ich ich finde es nicht raus was weil wenn ich mittlere und rechte mache wenn wir zu dritt was wenn wir zu dritt gleichzeitig drauf schießen ah nee ich habe schon das mal so 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 und so ja sehr gut er hat drauf geschossen totenschädel immer wenn es richtig weiß eine flamme an die gang da war sehr willkommen dieser halt dran ich bin nämlich nicht so gesund aber ich kann noch nicht nehmen das kann ich beim hier oben schon alles weggenotet da war eigentlich irgendwie nix nicht nennenswert läuft ihn da vorne was die luci ich habe nämlich keinen namen was schon wieder ein rätsel ja ja irgendwas ist damit was das ja was das ja da können wir irgendwie noch nichts machen wir müssen wahrscheinlich erstmal hier hoch da hinten ist da hinten ist was drauf schießen ach das ist bestimmt mit lichter ja da müssen wir wahrscheinlich wieder was einstellen oder ja oder ich habe die kanone angezündet na geil da kommt doch keiner vorsicht klebegranate wo mir so entblicken bluten 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 ist ja vorstellen das ist super sind er hat was die cloud etwas geklaut der hat was sie klaut schießt ihn erschießen war vorsichtig ist ja er hat was hat dann hier liegen er hat eine relikt ich habe eine miete von hier sind wie ich habe keinen namen mehr drüber steht das ist super so praktisch wow geben dir an die nutzen denn er eine falle ich bin in der falle reingelaufen ist doch nicht ganz so geil denke ich mal nur geht sehr ungeil eigentlich naja mal aufstehen ganz gut und noten noten ich habe ja noch ein halter an rumliegen für jemanden der interesse daran haben könnte ich bin ja in der bar du kannst gerne vorbeikommen eingesammelt ob sie wieder hoch ich warte auf dich ich habe doch jetzt ein ich kann aber ich kann ihn nehmen sonst wenn das okay ist dann kann ich hier nämlich mal hoch ich bin so in der falle drin ich komme gar nicht raus ist nur hänge kommen ja ich weiß auch nicht ihr müssten mir mal irgendwie helfen ich bin hier in einem raum eingesperrt wie gut ja ich kann es nicht so genau sagen kommt gleich die meldung vom spiel kumpel hatte ich endlich komplett habe ich habe noch was gefunden ein grausiger fund die ausführer haben heute einen grausigen fund gemacht die statu einer herrschaftlichen aussehenden weiblichen figuren ohne gesicht habe und dann muss ich um beschwört dass es der tiki persönlich sei ich gebe vor mir unsicher zu sein aber ich weiß dass sie es ist und schlimmer noch der fund hat habe neuen mut gemacht obwohl er doch gerade noch so niedergeschlagen war die figur ist ein widerlicher gegenstand der das bösartiges ausstrahlt erinnert mich an einen titel den sie trug herren der dämonen seid ihr schon drin ich hänge immer noch in meiner falle drin auf alle fälle habe ich coole piraten musik da oben spielt ja noch ein pirat den möchte sich töten dann versucht es mal habe ich gerade mit gehören jetzt geht die tür wieder auf okay ich habe hier immer noch einen heidrank heißt das heidrank hallo auch sekunde lohn 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 schnell fahren ist ja die musik war so schön das ist es genau nicht hinterfragt ja perfekt so wo muss ich denn hin ja wo ich hier so bin ich so schnell ich irgendwie auch durch die fallen laufen kann nein da musst du noch nicht hin du kannst die treppe hoch habe ich jetzt kaputt gemacht dann jetzt ja ja jetzt kommen wir nämlich den hier rein und exklusiven content auf meiner wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du tatsächlich kommt man mit dir guck mal hinten ist meine piraten spiel umgedächtung hier gegen die türen damit zu und da war ich drin da ist der hat ja ja das ist ja geil war witzig und dann spielt und hier ist ja noch ein kollege da oben saß einer und später auf dem klavier und so lange der schritte da oben drauf hier liegt noch was ach so das hast du schon nicht vorgelesen ja nie blutet sich hat der zeit ich war ja mit dem piraten auch das glaube ich da oben saß einer herrnett ja oder hier geht es wohl wo wir sind die ich laufe wie immer meiner freunde ja das müssen wir nicht unten weiter oben weiter wo geht es lang ja hier muss es doch weiter gehen oder ich weiß es nicht niemand wie ist es naja hier ist doch der blaue hobel ja 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 blöde fokus ich brot will mir die wutzel das hat sich die vielen sich falsch an ja ich finde es gut apropos wir brauchen noch zwei mieten hier ist noch ein buch ein buch gibt es ja noch mal halt so viel halten denke jetzt nehme ich in halte rank und dann nehme ich mir ein halte man könnte doch noch lesen hier ist eine teure kiste ich kann mir hier ein steinchen drauf machen und die blöd was macht er nur jetzt weiß ich jetzt leider gar nicht dieser heilstein das steht nicht da ist doch da wollt ihr etwa nicht vorlesen ich habe nichts gesehen da ist ein herrlicher fund sie nur was der alte nahe gefunden hat die herrin der dunkelheit persönlich königin seteki gesegnet sei seteki die herrin der dünnen mond das ist ein herrlicher fund setekis blick ruht auf uns schon bald werden wir sie finden ja glückwunsch schade aber habe ich nicht irgendwo gesagt ich habe noch eine gehörst ja aber sie haben wir dann noch mal gucken gehen wir kommen doch nicht mehr zurück nein alles ist verloren alles ist vergiftet ja gut meine können wir versuchen zurückzulaufen ja geht nicht mehr da sind jetzt so ist nicht mehr drin rolle speere da vor also hier ist eine tausender kiste ich gönne mir mal so eine knochen wir haben eine muschi übersehen ich habe einen bogen ich habe ich habe bei mir der 500er scharfen haben ich habe nur so ein bumsfalle war hier eine tausender kiste nein nun habe ich habe meinen leisten kann ich mir nicht leisten ich habe aber ich würde gern hier noch mal kurz an die und so weiter ran ich habe so eine rums die bums diesen muss reichen du hast du schon eine grüne da hins die weiß die ist das denn ich habe jetzt irgendwas womit ich aus den händen du leuchtest aus dem hintern das ist was anderes klingt beides mit hahn ist ja 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 ich sehe das problem und wer ist er denn und er und er müssen wohl kollegen sein ich glaube das sind die cousins von denen die wir vorher schon getroffen haben ja gut das kann passieren das ist wirklich kurz schrecken war für ich habe hier eine langstrecke auch die genug ich habe so ein feuer wie ich mit zwei schritten tot wir müssen auf den käfig schießen ich kann ja ich muss aber erst mal bei mir rundherum aufräumen ich sollte jetzt mal hier auf der drei wechsel ja ich ziehe die sehen die sehen sie wollen wir sehen die sind noch welcher wir können noch mal welche verbraten oi da kommen schildtypen dahin wer kommt da bildtypen mit schild ich habe noch ein paar weggeflogen ich habe noch ein paar weggeflogen das ist sehr ungenehm natürlich ja sieht aus als ganz andere typisch ich habe doch hier noch so ein gerät boom guck mal du hast ein schwimmkasten, ein gerät so könnte man das nennen ein wattengerät das ist so das stimmt ich renne jetzt hier mal hoch guck mal was da oben so Phase ist Vorsicht Flammen Werker mit ihr so oder sind das hier Kollegen das sind wir wahrscheinlich ich will mal irgendwen anzünden hey not me achja meine meine hauptwaffe zündet ja jetzt auch hier können wir mit der kanone auf den seelenkäfig schieben so das hätten wir auch gebrutzelt oh jetzt können wir wieder so was klingt sinnvoll was können wir jetzt spricht ja wir können jetzt wieder viel abschießen weil ich da draufgeballert habe ah ja die pflanze muss auch mal umgegraben werden boom correct hinter uns kumpel hat keine munition mehr er kämpft nur noch mit seinen blanken Fäusten nö du ich äh hab da keine Not gesehen auf die zu schießen siehst du das bringt nämlich manchmal gar nichts in den Nahkampf das ist mal ganz angenehm mir was nieder zu prügeln Seelenkäfig ja ja wieso geht eine sequenz los wenn wir da mitten in eine keilerei drin sind okay er schon wieder wir haben alle die gleiche an ja da hat seine eigenen babos getötet oder unten kommt auch ja eigentlich eine idee irgendwie wo kommt da links sehen ich glaube er steht vor mir aber ja er steht direkt so mir reicht tot ich bin dort du bist ja hier geht mir auch ich habe auch die große anzeige nicht mehr die große leiste ist weg ist er tot die sachen ich habe das eigentlich irgendwo ist die ganze zeit hinter mir ich glaube wir sind ja das sind wir sind wir ja und ich bin da sagt es ist ein halbraum ein bisschen unterstützung mehr schön ich kann nicht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin da ist er dann jetzt gleich bin ich tot aber ich kann da hinten bei bei kumpel die ganze zeit mit dem ich habe mittlerweile kein leben mehr um weiter mit ihm zu kämpfen hey kommen wir in das deck mit aus dem spiel der kann da nichts dafür das war eine ganz andere liga kackpratze kann er hier auch mal sterben teamkamerad besiegt dauer ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich komme jetzt hier aufs maul wirst du vielleicht mal dankeschön sehr liebens gewürzig zeit für sind auch jetzt ist er hier total jetzt bin ich gleich tot jetzt kommt mach doch mal das spiel das spiel wie es nicht mitmacht da liegt dran wie schön ich hätte ihn gern noch mal dran boom festgebacken aha gut jetzt kommen du dich ständig so anräumen ich bin schon wieder fast tot hallo ja wo kommen wir denn da hin ich brenne luce wie kommen wir dahin ich meine kollegen auch hier danke aber das hat er dann noch entschuldigung bis direkt in der kacke wieder drin jetzt bewegt dich doch mal der typ munition wäre mal was geiler kumpel weg da bin weg aber er singt beim töten das finde ich nett so sehr sympathisch ja ja so halbwegs macht ihn irgendwie freundlich ich kann ihn irgendwie voll hinterher kaiten gerade ja von hinten geht er gut meine güte ey ich hab noch acht schuss hat jemand muni gesehen ja wo hinten zerstören den seelchen ja kanalisiert von hier oben erst mal ich gern munition kanalisieren mach ich doch wie rannt denn man denn los ok ihr habt den seelchen kitt ja man rennt indem man einfach äh weh drückt irgendwann schickt er die waffe weg und du ah ok 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 weil ich das jetzt schon man könnte auch anders rennen ne naja das denken einige und werfen dadurch eine katze oh echt? oh ne ja oh nein ich bin äh so ein sandsack hm ich hab den meisten Schaden erhalten ja ich hab 19 Feuerkills mhm schön echt wahr schön ja ja oh sind wir wieder durch mit einer äh mission sind wir durch sind wir ne strange Brigade und ähm ja ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal mal gucken wie es so wird und äh ja ich brauche eine andere Waffe macht's gut tschüss tschüss tschau tschüss 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 �나